So Freunde, nicht erstrecken, ja Modern Warfare 3 kommt erst morgen raus. Nichtsdestotrotz wolltet ihr euch meine erste Nuke in Modern Warfare 3 zeigen. In der Beta wurde das Ganze erspielt. Ja, ich hatte das Video nicht hochgeladen, deswegen dachte ich, ja wollte ich euch das Ganze trotzdem nicht vorenthalten und euch das noch zeigen. Wie gesagt, ab morgen dann der eigentliche Game Release. Die Runde wurde gespielt zusammen mit Haptic und mit Saltis, also mit Serena und Gem. Die haben ja auch ein bisschen unter die Arme gegriffen bei der ganzen Runde. Gespielt wurde auch auf RB, da seht ihr vielleicht auch schon im Hintergrund. Und knapp auf den letzten Meter, hat auf jeden Fall trotzdem funktioniert, war meine erste Nuke. Das ist gerne ein GG da, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Sehr, sehr gerne auch einen Kommentar da lassen und ein Like. Und ja, ansonsten wünsche ich uns allen, ja viel Spaß beim Zocken morgen. Ich hoffe, wir sehen uns nicht in den Lobbys, hoffe ich für euch und ich hoffe es auch für mich. Wir da alle unseren Spaß haben in dem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Bei uns ist ja selbst erklärt, du dumm Watz. Ja, aber warum gibt es eine E-Mode davon, wie du Chips ist? Warum ist so Chips als E-Mode? Ja, weil es rapid up ist, so. Ja, hä? Man rappt doch gar nichts ab, wenn man Chips knuspert. Oh. Och, Mann. Das ist geil. Das war gut sein. F***t euch beide, wisst ihr was? Ihr seid solche Loser in meine Augen, Mann. Der Midnight ist wie zu krass. Der nervt mich auch. Wir verlieren den Alpha. Ey, Eddie, Bro. Guck dir den Loser mal an. Wow, das ist, also, dass du die Map hier über E-State wählst, ist geisteskrank. Ja, ich wähl jede Map in MB2 über E-State. Jede einzelne. Du bist halt Shit, leider, ne? Sonst anders kann ich es mir nicht erklären. Ich sag jetzt im Stream, dass es auch jeder hört, ich fühle mich gerade gemobbt von den beiden. Sie juckt gerade psychischen Druck auf mich aus und ich fühle mich nicht wohl. Alle mal ein Dog-O in den Chat. Damit er sich nicht schockt gern und sie f***t so ab. Alle mal ein Dog-O in den Chat. Alle mal ein Dog-O in den Chat. Weil jetzt nobody f***ing cares what you're saying, man. Ja, Favela ist auch kacke, aber es ist wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Dann nehme ich lieber Pest. Favela ist schlimmer. Echt? Weird take. Ich habe wieder nervt mich. Hör ich nicht, wie so komische Steps? Wie machen wir euch, ähm, eine Drohne? Nein. 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 Danke sehr. Ich f*** hier nur auf die Fresse, die hat an diesem Shotgun-Typ. Ich will auch nach Streak, bitte, mach mal was. Und nimm eine Flacke, ich arbeite für mich, los! Hab ich gerade, da habe ich zu. Wir kontrollieren Alpha. Wie kommen auch immer, wie die kleinen Ratzen? Ja, wer tot. Nein, übernimmt Alpha. Du war meinst, du warst auf einem zuerst. Hey, ja. Fällt doch fast. Alter, ich... Boah, wo sind denn die Gegner? Ich höre diese Map hier. Ich renne die ganze Zeit, ich sehe keinen. Bei A sind die. Bei A sind die. Bei A. Ist jetzt einer irgendwie über mir? Nein, ich kann... Ich kann das Geschütz nicht platzieren. Oh mein Gott. No way. Ich habe überlebt, weil ich so fucking goated bin in dem COD. Ich bin so gut. Ich bin besser als hier zusammen. Okay. Ist auch kein so krass. Ich schiebe besser als ich zu sein an der Stühle. Yo. Besser als ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Yo, dang. Red Lemon. Ich bin extra für den. Wiest du hätt' ich für den Newt gemacht? Hier der Fekt Alpha wird gesichert. Fader. Oh ne das ist ja... Von der Drohne bitte einmal runter schießt. Ich bin nur von 5. 1. 1. 1. Sehr gut. Und noch eine Drohne, dann bist du ja perfekte Mate. Ja kann ich nicht. Ich kann nicht alles machen ne? Ich verlang auch nicht, aber ich frag doch nur. Du bist immer so viel. Ja. Nein! Du denkst immer das ist ja viel. ich habe nichts gehört schade ich der 1 vor drohne von erst schreck anlage aber ich mach dir nur so so tief in deinem arsch leichter ist so am abfacken mit seiner sniper wieder das ist nicht korrekt wir haben gesagt was er für ein zweiter ist weiß ich gerade gepickt wurde weil er weil drei leute aber naja im cisco brauchen halt auch noch skill man red land wirklich der ist die ganze zeit hinten die ganze zeit die ganze zeit macht quickscope Der macht doch auch Shotgun, oder? Ist das nicht auch ne Shotgun, die das... Hat er denn auch Shotgun mit Feuermoney oder so sind? Den auch gefickt. Ich nehm die, ich nehm gerade C ein. Komm, Bruder. Nein, nein. Red Lemon hier, du hast mein Maiden gekillt. Bastard. Mit Haptic, meinst du? Wärst du so mit, ähm, mit Red Lemon oder mit, äh, wie weißt du noch mal, Mitleid? Sieht ihr, was mich richtig trickert in dem COD? Dass man einfach so sich an die Edge hängen kann. Immer noch, dass ich das nicht ausstellen kann. Bro, das ist so dämlich. Wie oft ich wegen dieser Scheiße sterbe auch. Oh, Digga, er ist so ein Sweater, dieser Midnight, holy shit. Er holt mich jetzt auch. Er ist so ein Sweat. Hinter dir! Bitte lauft doch nicht vor mir! Okay, Gini, jetzt guck dir irgendwie, guck dir irgendwie, drei, drei, eins. Hast du gerade, ich hab grad so, wegen dir gestorben. Ich hab grad zuerst, du kleiner Pissermann. Alter, ich hab grad zuerst, Chris, was willst du von mir? Hast du mich gerade Pisser genannt? Ja. Wo bleibt mein, wo bleibt mein Sandwich? Oh. Wo bleibt mein Sandwich, hm? Alter. 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 Aber, Alter. Verrechtliche Frage. Bleibt dein Sandwich? Wo bleibt denn das Sandwich, hm? Ich höre, ich hab Gem seit jetzt die ganze Runde geholfen. Er bringt halt umgebreitet. Kann man jemand das machen? Kann man jemand das einnehmen? Kann man jemand mir das umgeben? Digga, du bist ein Bastard. Guck mal. Ja, aber du hast mich, du hast mich drei Runden fertig gemacht. Das hat's doch überhaupt nicht gut gemacht. Ach, ich hab dich drei Runden fertig gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab dir die ganze Zeit die Sachen gemacht, die du wolltest. In dieser Runde hast du drei gute Taten gehabt. Aber dafür hast du mich drei Lobbys lang komplett, komplett gedisst. Die ganze Zeit. Was? Ich hab gar nichts gemacht. Das stimmt gar nicht. Natürlich. Ich guck später in der VOD und schick's dir. Oh Gott. Jetzt wird's zu ernst. Wird's wird sehr ernst. Ach du scheißig. Ach, da ist so ein Gang. Ich mach dich fertig, Alter. Ähm, ja, das ist, das ist hässlich hier dann. Ich weiß nicht, was hier los ist. Weil ich möchte ja selber eine Stellung beziehen. Bestimmt? Die einzige Stellung, die ich beziehe, ist vor Frankreich. Haha. Haha. Ich muss zusammen. Robert, die kommen hier gerade so vorgelaufen bei mir. Oh, Midnight. Auslocken. Midnight, das hat weh getan. Oh, warte mal. Ich might be, also ich hab gerade 10er Streak schon. Maybe hier noch ne New auf Lock. Ja. Ich kill mich auch gleich, wenn du ne Drohne brauchst. Dann mach ich dir noch eine. Wir nehmen den Bravo ein. Zielobjekt Bravo gesichert. Wir haben Alpha verloren. Wir müssen halt auch nochmal A halten. Zielobjekt Alpha gesichert. Ja, wir müssen unbedingt ne Flagge einnehmen. Sogar Trippel hier kurz. Wir müssen sogar kurz Trippel machen. Ich hol mir jetzt schnell C ein. Ja, ich komm mit. Ich komm mit. Ich komm mit. Okay, der Typ hier nade ich mich. Auf C liegt auch Muni wenn du willst, Chris. Ich brauch selber kurz Muni Box. Ich hab ne Drohne. Aber B darf ich auch nicht verlieren. Ja, das B ist sofort. Midnight ist so ein Sweater. Ja, holy shit. Okay, ich bleib einfach raus. Ah, ich bleib einfach raus. Ah, ich bleib mit B. Ja, wir behalten jetzt einfach die Flammen die ganze Zeit für Chris. Oh, Midnight wird so augemacht. Nein, nein, nein. Er ist shit. Er ist wirklich nicht so gut, Chris. Oh, er ist one of the best ever. die zehn hat begonnen ich mach double kills auf distance und ump ump ist so eine geile waffe ist ja doch aus dem besten zu d ich hab nur noch 13 schuss ich hab gleich eine box wir kontrollieren die kassieren so eklig ich hole ab geben auf c sirene geben auf c wenn es geht ich bin schon ich würde sie aufhält sehr sehr wichtig trippel cap sehr gut tristos zeit muss zwei kills machen dann habe ich die box kommen bei mir leute ich fährt bei sterben auf c ich komme mit ich bin gerade getötet sie sind nicht mehr gekommen wir verlieren jetzt die gegenseitigen ja hier sind jetzt alle auf a naja ich spawn leider sehr zählassig ich hab 25er oh mein gott ja du holst es du holst es du hast zeit ich geh jetzt schnell rein und sterbe und beschwerf mich da über ping alles gut ich geh schnell rein und sterbe und dann beschwerf mich über ping bin da ein paar zige danke für einen frischen zap man bruch ich hab muni box ich werde sie hier unten liegt unten muni wenn du willst ich hab schon ich hab schon muni okay all right du hast das wo ist der die drohne wäre geil ich hab keine ahnung wo die sind drohne muss ich die kills machen schwierig die haben angenommen aber ist gut ist gut dass sie jetzt ein er hat sie er hat sie er hat sie ich hab sie noch nicht er hat sie gleich ich verliere gerade alles er macht schnell push 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 zurückeroberen b rennt die rennt b auf jeden fall ich hab sie let's go zünde 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 ich lass extra b verlieren der nimmt b ein ja wir haben noch länger zeit ja 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 reicht ja das reicht ja das reicht die sind auf b sind auf b ne ne da kommt ja nicht mal ein countdown was ist das denn ne gar nichts gar nichts der hat nichts eingefügt nicht mal eine animation ist egal wenn die runde vorbei ist wird es trotzdem zünden na krass ja aber was ist das denn ja das ist kacke das ist der kompletten kacke das ist der kompletten kacke